Meine Top-11 der WM 2022. Im Sturm war ich mir lange unsicher, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Im Tor auf jeden Fall Bono von Marokko. Auch Czesny von Polen war richtig stark, aber Bono hat eine ganze Nation, ein ganzes Team mitgerissen. Tolle Reflexe, Top-Leistungen. Rechts sein Teamkollege Hakimi, da wissen wir ja schon, offensiv kann der Mann überzeugen. Bei der WM aber auch noch defensiv richtig zugelegt. Ein Hauptgrund dafür, warum Marokko bis ins Halbfinale gekommen ist. Die Innenverteidigung bilden zum ersten Guardiol von Kroatien. Wahnsinnstyp, werden wir noch eine Menge von hören, eine Menge Spaß mit haben. Auch in der Bundesliga bei Leipzig. Und daneben Upamecano. Hat viele Spiele gemacht, wenn er gespielt hat, Top-Leistungen gebracht, wie ich finde. Hat auch den Rücken freigehalten für den Linksverteidiger, nämlich Theo Hernandez. Ja, der kam ja so ein bisschen überraschend rein, weil sein Bruder eigentlich das erste Spiel gemacht hat. Lukas Hernandez hat sich dann schwer verletzt, gute Besserung an dieser Stelle. Theo ist reingerutscht und hat direkt überzeugt. Im Dreier-Mittelfeld unter anderem natürlich der Dirigent Luka Modric von Kroatien. Ja, was der mit seinem feinen Fuß macht, ist einfach nur Zucker zum Dahinschmelzen. Und daneben wieder ein Marokkaner, der es sich absolut verdient hat, nämlich Amrabat. Hat den nötigen Biss, ein gutes Auge und hat Defensive und Offensive meiner Meinung nach perfekt verbunden. Davor noch Grießmann. Mit der Titelverteidigung hat es leider nicht geklappt aus seiner Sicht, aber auf dem Platz war er überall zu finden. Sechser, Achter, Zehner konnte alle spielen, deswegen auch in meiner Top-Elf. Ich stelle drei Stürmer auf, und zwar den besten Torschützen des Turniers. Das ist Mbappé mit acht Treffern, den eigentlich besten Spieler der WM, Lionel Messi und Alvarez. Klar hat der Junge noch eine Menge zu lernen, hat aber super mit Messi harmoniert, wie ich finde, und hat ganz viel Ehrgeiz gezeigt.